Martin Ney wurde am 12. Dezember 1970 in Bremen geboren. Vor seiner Verhaftung machte er als Maskenmann und Schwarzer Mann Schlagzeilen. Ab März 1992 begann eine beispiellose Serie von Missbrauchsfällen. Ein maskierter Mann drang in zahlreiche Kinderheime, Schullandheime und Internate sowie später auch in Privathäuser ein und missbrauchte Jungen. Jedes Mal konnte der Täter unerkannt entkommen. Aus einem der Internate verschwand ein elfjähriger Junge. Seine Leiche fand man am 3. Mai 1992. Bis ins Jahr 1995 gab es 19 Vorfälle, welche auf den Maskenmann hinwiesen, bis Juli 1995 ein Neunjähriger aus einem Zeltlager verschwand. Seine Leiche fand man wenige Wochen später. Zwischen Oktober 1995 und Juni 1998 gab es keinerlei Vorfälle, welche klar mit dem Maskenmann in Verbindung gebracht werden konnten. Die letzte Tat im September 2001 forderte das dritte nachgewiesene Todesopfer. Ein Neunjähriger wurde aus einem Schullandheim entführt und noch im selben Monat ermordet aufgefunden. Am 15. April 2011 wurde Martin Ney verhaftet. Ein Missbrauchsopfer hatte sich an einen Betreuer seiner Kinderfreizeit erinnert, der ihn über sein Zuhause ausgefragt hatte. Ney gestand die drei Morde und den Missbrauch an mindestens 40 weiteren Kindern. Es kam heraus, dass Ney sogar einen Pflegesohn hatte. Diesen hatte er jedoch nie missbraucht, was der Pflegesohn bestätigte. Ney kam so leicht an die Kinder ran, weil er sich als Diplom-Sozialpädagoge ausgegeben hatte und den Kindern, welche er betreute, Informationen zu ihrer Wohnsituation leicht entlocken konnte. Am 15. Juli 2011 wurde Martin Ney wegen dreifachen Mordes und 20 Missbrauchsfällen angeklagt. 20 weitere Fälle von Missbrauch waren zu diesem Zeitpunkt bereits verjährt. Am 27. Februar 2012 wurde Martin Ney zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Ney wird wohl bis zu seinem Lebensende in Haft bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017